Ich zeige dir heute den entscheidenden Fehler, den viele beim Vocals-Abmischen machen und der tatsächlich darüber entscheiden kann, ob deine Vocal-Produktion nachher professionell oder eher Amateur klingt. Anschließend zeige ich dir drei Plug-Ins, mit denen du diesen Fehler vermeiden kannst und tatsächlich sind heute mal zwei dabei, die nicht logic-intern sind. Hören wir mal ganz kurz in unser Soundbeispiel erst rein. Es ist eine Aufnahme, die ist jetzt nicht so hundertprozentig perfekt, das hörst du vielleicht schon und es steht, glaube ich, auch ein bisschen nah am Mikrofon, aber damit kann man gut arbeiten. Und wenn du jetzt, wie man das eigentlich auch machen solltest, deine Spuren, bevor du anfängst, das erste Plug-In zu setzen, so mal durchhörst, deine Drums, deine Gitarren und dann eben auch zum Gesang kommst, würden jetzt die meisten wahrscheinlich sagen, okay, ich höre die Atmer so ein bisschen, aber sie sind relativ leise, kann man eigentlich so lassen, das passt alles. Vielleicht hat es ja auch ein paar S-Laute hier ein bisschen und man hört so ein kleines bisschen Hintergrundgeräusche, vielleicht aus der Gesangskabine, aber alles in allem passt das so, fangen wir an. Dann fangen sie an, ihre Drums abzumischen, ihre Gitarren, die meisten machen ja den Bandmix zuerst und dann kommen sie zu den Vocals und jetzt gibt es ein großes Problem, was passieren kann und das ist, wenn du jetzt vor allem zum Beispiel die Vocals anfängst zu komprimieren oder mit Reverb bearbeitest. Ich schalte jetzt einfach mal hier, wir lassen die gleiche Stelle nochmal laufen und ich schalte jetzt einen Kompressor zu und schalte auch einen Halt zu und dann achte mal ganz genau auf die S-Laute, achte auf die Atmer und achte auf Schmatz- oder Popgeräusche und sonstiges Gerumpel, was da sonst noch aus der Gesangskabine kommen könnte. Was fällt jetzt auf? Sobald ich also diese Vocals hier komprimiere und mit Halbe arbeite, kommen die S-Laute wahnsinnig vor, weil du ja mit einem Kompressor erstmal alles lauter machst beziehungsweise das Gesamtsignal und damit eben natürlich auch die unerwünschten Artefakte und Nebengeräusche. Dasselbe kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie die Frequenzkurve vom Hall ist, aber dasselbe ist beim Hall eben auch, insbesondere wenn du besonderen silbrigen Hall hast oben in den Höhen, dann holst du eben deine S-Laute auch nochmal um einiges weiter nach vorne und dann stehen die meisten da und sind erstmal geschockt und wissen nicht, was sie machen sollen und müssen dann jetzt erstmal wieder anfangen, mühselig an dieser Gesangsspur rumzumachen beziehungsweise jetzt müssen sie anfangen, das Editing zu machen und das ist jetzt das Zauberwort hier auch, das Editing für die Vocals zu machen, während der Mix eigentlich schon halb fertig ist und dann unter Umständen passen auch die Lautstärke, Unterschiede oder Verhältnisse einfach von Gesang und Band nicht mehr zusammen. Also der Hauptfehler ist, es wird kein Editing gemacht und ich mache mein Editing in drei Schritten. Fangen wir mal an mit Schritt Nummer 1 und das ist, ich untersuche diese Gesangsspur und ich höre die wirklich einmal komplett solo durch nach Pop- oder Schmatzgeräuschen oder irgendwelchen Artefakten, die mir nicht gefallen. Und damit wir jetzt nicht alles zusammen durchhören müssen, gehe ich mal an eine Stelle, die hier besonders signifikant ist. Gehen wir mal hier rein. Hier hörst du jetzt eine Sache deutlich, ich weiß nicht, ob du es jetzt hörst, aber hier ist irgendwas, entweder sitzt ein Bandmitglied hinten mit im Raum oder ich weiß nicht, sie stampft mit einem Fuß auf den anderen, aber wenn ich das jetzt hier mal nochmal laufen lasse, Ja, es rumpelt irgendwie und hätten wir jetzt einen Kompressor oder einen Halt, dann könnte das extrem nach vorne gebracht werden. Solche Sachen oder auch Schmatzgeräusche oder Lippen-Pop-Geräusche bearbeite ich ganz gerne mit dem Dateieditor, den übrigens die wenigsten kennen. Wenn du auf Doppelklick mit so einer, wenn du auf eine Audio-Region mit Doppelklick gehst, dann kommst du hier in den Spureditor und wir gehen jetzt in den Dateieditor. Und der Dateieditor hat den Vorteil, dass du hier nochmal viel stärker und viel genauer reinzoomen kannst. Ja, das kann ich jetzt hier machen. Und ich kann jetzt hier auch scrollen oder scrubben, so rum, und kann nochmal ganz genau reinfahren. Also das war hier irgendwo bei 52, ne. Ich mache das hier nochmal größer, die Stelle, ich mache das hier über diese Zoom-Regler. So, jetzt scrubben wir hier mal durch. Dann musst du hier auf diese Linie gehen. Schau, dass du auf Datei bist hier und nicht auf Spur, ne, sonst geht's nicht. Das ist dieser Rumpler hier. Ich hoffe, du kannst das jetzt gut sehen. Das ist dieser Rumpler hier. Und den kann ich jetzt über den Dateieditor zum Beispiel mit dem Radierer hier rausradieren. Achtung, Warnung jetzt. Wenn du im Dateieditor arbeitest, das sind eine der wenigen oder, glaube ich, noch die einzige Funktion, der einzige Bearbeitungsschritt, der destruktiv ist. Das heißt, er kann nicht rückgängig gemacht werden. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, insbesondere bei Vocals und auch bei allen Instrumenten, dass du einen Ordner hast mit Projektdateien, wo deine Rohspuren alle immer drin sind, sodass du noch eine Kopie hast. Ich habe hier im Logic-Projekt auch noch eine Kopie von meiner Vocalspur, falls ich jetzt hier irgendwie missbaue, dass ich sie wieder habe. Aber eigentlich hast du ja immer einen Projektordner, wo du die Original-Rohspur drin hast. Weil was ich jetzt mache, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ich kann jetzt hier mein Radiergummi-Werkzeug nehmen und kann hier destruktiv sozusagen das rausradieren. Ich habe es jetzt also markiert und habe jetzt Löschen gedrückt. Und jetzt sagt er mir, gibt er mir auch noch mal die Warnung. Der ausgewählte Bereich wird unwiderruflich gelöscht. Peng. So, und jetzt sollten wir dieses Gerumpel hier bei Takt 52, wenn ich jetzt hier noch mal durchscrubbe, das sollten wir dann jetzt nicht mehr hören. Kommen wir zum sehr wichtigen Punkt Nummer 2 beim Editing, den ich immer mache. Und das ist, die Atmer rauszumachen. Früher habe ich das wirklich über Automation gemacht. Das heißt, wenn hier ein Atmer war, habe ich hier irgendwie dann hier das so gemacht und dann den Atmer runtergezogen. Aber das dauert natürlich Stunden. Und deswegen gibt es ein tolles Plug-in von Waves, ein Uralt-Plug-in. Und das heißt Waves Deep Breath, das ich bis heute auch zum Beispiel jetzt für meine Sprachaufnahmen verwende. Ich glaube, es gibt auch noch was Teureres von Isotope, aber das gibt es dann nur im Bundle. Und deswegen nutzen wir jetzt hier unser Waves-Plug-in Deep Breath. Das ist wirklich Aspach-Uralt. Und damit, dieses Plug-in macht die Atmer automatisch raus, was natürlich super ist. Das Einzige, was ist, ist, du musst ein bisschen aufpassen beim Einstellen, dass du dir nicht auch Plosivlaute rausschneidest. Aber ich zeige dir jetzt ganz genau, wie du es einstellen kannst. Und wenn du es einmal verstanden hast, ist es eigentlich wirklich ganz einfach. Wir gehen jetzt nochmal rein. Und hören wir nochmal ganz kurz rein, weil die Atmer, die sind ja schon ganz schön laut hier. Okay, jetzt schalte ich dieses Plug-in zu und wir lassen es nochmal laufen und du wirst sehen, dass die Atmer jetzt weg sind. Jetzt ist es nur so, jetzt sind die Atmer, und du siehst, das klappt recht gut auch schon in den Grundeinstellungen. Jetzt ist es nur so, dass die Sache jetzt hier relativ unnatürlich klingt, weil jetzt atmet sie gar nicht mehr. Das könnte jetzt bei R'n'B ganz gut sein. Mir hat mal ein R'n'B-Produzent gesagt, No Breaths with R'n'B, also keine Atmer bei R'n'B. Aber bei so einem Titel klingt es jetzt irgendwie ein bisschen krass. Und deswegen kannst du hier diesen Slider benutzen, um die Atmer wieder ein bisschen vorzuholen. Das heißt, die Atmer werden jetzt nicht mehr ganz so laut sein wie vorher, aber ich kann hier bestimmen, wie laut sie tatsächlich sind. Das klingt doch schon mal gut. Das ist vielleicht noch ein kleines bisschen leiser, die Atmer. Und dann haben wir einen schönen natürlichen Atmer, aber natürlich viel leiser. Und die können wir jetzt auch komprimieren und da passiert auch nichts. Und es wird trotzdem noch natürlich klingen. Hier in diesem Graphen siehst du den Schwellenwert. Das ist ähnlich wie bei einem Kompressor. Hier stellst du also ein, wann der Deep Breath anfängt zu arbeiten. Das funktioniert aber in der Grundeinstellung schon meistens sehr gut. Hier unten wird es interessanter und das ist die Energy-Kurve. Hier kannst du bestimmen, was er als Atmer wahrnimmt und was eben nicht. Denn es kann jetzt ein Problem geben mit diesem Plug-In. Es kann auch sein, dass er plusiv laute, also leise S laute, dass er die als Atmer erkennt und dann auch leiser macht. Und das wollen wir denn natürlich nicht. Und da können wir hier eine Feineinstellung vornehmen. Ich zeige dir jetzt hier mal ein Beispiel dazu. Da haben wir es schon. Sie hat jetzt From gesungen. Das Wort From hat er aber als Atmer erkannt. Und das siehst du jetzt hier unten in dem Energy-Graphen. Und jetzt ist es so, das siehst du hier ganz gut. Alles, was unter diesem Schwellenwert ist, das erkennt er als Atmer. Oder hier können Audio-Artefakte sein, die er als Atmer erkennt. Das heißt, wir müssen jetzt den Schwellenwert runtersetzen, damit er also dieses From auch als Atmer oder nicht als Atmer erkennt. Hier war jetzt dieses From. Jetzt habe ich den Schwellenwert runtergesetzt und jetzt hat er das nicht mehr als Atmer wahrgenommen. Und das ist auch schon alles, was ich mache hier. Du kannst hier noch Feineinstellungen wie Fade In und Fade Out machen, also wie langsam er einfädet und ausfädet. Aber Atmer ein- und auszufädeln, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und für mich passt das jetzt alles so. Ganz wichtig jetzt, dieses Plug-in ist ein bisschen eine Zicke und es kann zu Problemen kommen, wenn du das jetzt einfach so lässt und das nächste Plug-in reinlässt. Deswegen, nachdem ich das mit Deep Breath bearbeitet habe, höre ich die Spur immer noch mal komplett durch, dass ich nachher nicht ein weggeschnittenes F habe oder so und mich aufregen muss. Und dann bounce ich es auf die Festplatte, sodass ich das Plug-in dann nachher praktisch draußen habe. Jetzt sollte also alles passen. Ich habe die Atmer automatisch rausgefiltert. Ich habe die Schmatzgeräusche oder Lippengeräusche über den Datei-Editor rausgefiltert. Und jetzt können wir zu Schritt Nummer 3 kommen. Und das ist der Deesser. Man muss nicht jede Spur deessen. Aber in diesem Fall, jetzt sind mir die Esslaute einfach immer noch ein bisschen zu laut. Und um die jetzt zu deessen, verwende ich kein Logic-internes Plug-in, sondern ich verwende eine meiner wenigen Plug-ins von Drittanbieter und der ist von der Hofer, meines Erachtens, der beste Deesser, den es gibt. Und das ist hier der IQ-Deesser. Das Besondere an diesem Deesser ist, dass er nicht wie die 90% der anderen Deesser aufgrund von Kompression arbeitet. Also dass er nicht das Frequenzband findet und dann komprimiert, dass er komprimieren soll, sondern er arbeitet auf Basis von Spracherkennung. Das heißt, er zieht die S, er komprimiert diese S-Laute nicht, sondern er macht sie tatsächlich leiser. Und das kommt viel natürlicher und viel angenehmer. Das Plug-in ist denkbar einfach einzustellen. Du ziehst einfach hier die Threshold runter über diesen Regler. Und dann hast du hier verschiedene Modi. Du kannst hier eher einen spitzeren Filter nehmen. Ich benutze meistens den hier. Das ist ein bisschen breitbandiger. Du kannst auch einen Busfilter nehmen. Ich benutze das wirklich meistens nur für Vocals. Und das ist eigentlich schon alles, was ich da einstelle. Und dann ist das Ding hier ein Selbstläufer und funktioniert wunderbar. Hier unten kannst du noch Solo einstellen. Genau wie bei Deep Breath, um zu überprüfen, okay, was genau macht er jetzt? Wir nehmen gleich diese Einstellung. Mit der arbeite ich eigentlich zu 99%. Und ich schalte den Deesser zu. Und dann ziehe ich hier die Threshold runter und probiere somit die S-Laute leiser zu bekommen. We've journeyed many a day upon an ocean wide Runter geht's Amid the mist and spray Of many a surge in tide Below that land is near We've journeyed many a day upon an ocean wide Amid the mist and spray Sehr schön. Also hören wir nochmal die Phrase alle jetzt ohne und mit. Da hörst du es sehr deutlich. Kommen viele S vor. Also ohne Deesser Amid the mist and spray Super sauber und super natürlich. Du kannst jetzt, wenn das so nicht funktioniert, dann kannst du hier auch noch einen spitzeren Filter wählen, aber meistens funktioniert der nicht so gut. Ich nehme eigentlich immer diesen hier, den breitbandigeren, und dann bin ich in 99% der Fälle sicher. Dann bist du fertig mit deinem Vocalediting zunächst mal und dann geht's ans Abmischen und dann geht's an die EQ-Bearbeitung. Und da haben die meisten noch sehr, sehr große Unsicherheiten. Das ist das nächste große Thema, wo die meisten wirklich große Probleme haben und wo sie sehr unsicher sind, wie sie den EQ für die Vocals einstellen sollen. Und da empfehle ich dir mein PDF, den EQ für Vocals in drei Schritten perfekt einstellen. Ich konzentriere mich meistens immer auf drei Frequenzen und dann passt das in 90% der Fälle. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. EQ für Vocals in drei Schritten perfekt einstellen. Hat so sehr vielen Leuten weitergeholfen. Unbedingt empfehlenswert. Lad's dir runter, schaust dir an, setz das mal auf deine Vocals ein und du wirst sehen, dass es in den meisten Fällen auch bei dir so funktioniert. Jetzt mal eine Frage an dich. Hat dir das jetzt weitergeholfen? Hast du den Fehler vielleicht auch schon mal gemacht, dass du mit dem Editing ein bisschen schlampig warst, ein bisschen nachsichtig und hast dann beim Abmischen gemerkt, oh shit, die Atmer sind ja viel zu laut. Und da hinten höre ich den Gitarristen mit einem anderen Gitarristen quatschen, während sie einsinkt und so weiter. All das kann bei Amateuraufnahmen oder semiprofessionellen Bereichen eben einfach passieren. Ist dir das auch schon passiert? Schreibst mir mal gerne in die Kommentare die größten Fails beim Vocals abmischen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir das Video jetzt ein bisschen weitergeholfen hat. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.